Burger Pommes Nuggets go und damit hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video ich fahr hier gerade ICE und hatte einfach vor mal ein ICE Video zu machen wir sind jetzt aus Leipzig wieder in Berlin und die nächste Station ist Berlin Südkreuz die ist jetzt gleich und danach glaube ich kommt der Hauptbahnhof ich glaube das auch in Station dann und da steigen wir aus und ich würde einfach mal hier kurz euch mal durch den ICE führen ich habe jetzt hier so ein leeres Plätzchen noch gesucht weil jetzt steigen halt auch hier in Berlin Südkreuz viele aus leiblich war es ja sehr schön ja ich weiß ich versuche jetzt mal nicht so Leute unnötig aufzunehmen aber hier sind natürlich die Toiletten und hier sind jetzt die Gänge knallevoll hier ist dann auch schon geht es schon wieder nicht weiter müssen wir hier wieder zurück also ich weiß nicht ich fahre ich fahre ICE sehr sehr gerne muss ich sagen seid ihr schon mal ICE gefahren Leute schreibt es doch mal unten in die Kommentare und schaffen wir 50 Kommentare das ist jetzt mal hier ein neuer Rekord oder versuchen den Rekord aufzustellen Entschuldigung danke Entschuldigung darf ich Dankeschön so hier ist die Anzeige hier oben und ja wie bitte einpacken wir steigen dann gleich aus packen jetzt mal ein so ja auf jeden Fall sind wir jetzt hier Südkreuz ich wollte euch das einfach so ein kurzes Video machen und damit war es dann jetzt auch schon wieder bedanke ich mich tschüss